aber feed will jetzt auf pb gehen da rastet hier zu viel aber es hat extrem krass genommen kriegen sie irgendwie noch einer ich glaube nicht und rettet auch fast schön schön gerettet es ist ein weltrekord vom feed weltrekord vom feed 56 422 war das weltrekord im match geht auf pb